Ja, moin moin, willkommen hier aus dem hohen Norden. Ich habe hier eine schöne Aufgabe für euch. Also was heißt schön, wenn man sich die anguckt, kriegt man so ein bisschen das Gruseln. Aber ja, Übung macht den Meister. Wir haben hier zwei Brüche und diese Brüche, die wollen wir subtrahieren. Aber es besteht fast nur aus irgendwie Buchstabenkombinationen, ist also nicht so einfach. Die Aufgabe ist hier, die Brüche ja erst wenn möglich zu kürzen und dann irgendwie zusammenzufassen. Vielleicht so mit Hauptnenner und so, kleiner Hinweis. Vielleicht braucht man auch irgendwie die binomische Formel und ausklammern, wer weiß es. Guckt euch das mal an, zuerst den kleinen Schnelldurchlauf, dann seht ihr schon, was die ganzen Rechnungen sind. Aber mein Tipp, schaut euch das komplette Video an, denn ich erzähle viel zwischendurch, gebe viele Hinweise, viele Tipps. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Nicht nur, dass man weiß, was rauskommt am Ende, sondern auch wie man da hingekommen ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, wir haben hier diese Brüche. Wir sehen, dass wir die Brüche subtrahieren sollen. Und als erstes gebe ich mal so den einen oder anderen Hinweis auf das, was wir so brauchen, um diese Brüche zusammenfassen zu können. Da erkläre ich nochmal, wie das mit dem Ausklammern funktioniert. Und nochmal die dritte binomische Formel. Die wenden wir jetzt auch an. Wir haben schon gesehen, da kann ich im Nenner des zweiten Bruches die binomische Formel anwenden. Ich zeige nochmal, was kann ich hier kürzen und auch was kann man nicht kürzen. Und da kümmern wir uns darum, wie ist das, wenn ein Minus vor der Klammer steht, was kann ich da mit dem Bruch machen. Das erkläre ich hier nochmal anhand eines einfachen Bruches, ohne viele Buchstaben. Ja, dann haben wir praktisch aus dem Minus ein Plus gemacht, weil wir das Minus an anderer Stelle brauchen, damit wir nämlich danach kürzen können im hinteren Bruch. Das sieht man jetzt schon. U-1. Aha. Kann man jetzt wegkürzen, was vorher eben nicht ging. Dann muss ich die beiden Brüche jetzt noch addieren. Das geht natürlich nur, sofern ich einen Hauptnenner habe. Das heißt, ich muss jetzt beide Brüche erweitern und kann sie dann zusammenfassen, indem ich die Zähler addiere und den Hauptnenner unten als Nenner schreibe. Dann gucke ich mal, ob ich kürzen kann oder nicht. Und am Ende versuche ich dann nochmal oben den Zähler ein bisschen kürzer zu machen, auszuklammern, ob man da nicht noch was wegstreichen kann. Aha. Kann man. Einen kleinen Fehler habe ich dann noch gemacht. Den entdecke ich aber natürlich sofort. Nobody is perfect. Und dann haben wir am Ende unser Ergebnis, unseren Bruch zusammengefasst. Also, wir haben hier zwei Brüche und diese beiden Brüche sollen wir subtrahieren. Und wie man sieht, bestehen diese Brüche aus ziemlich vielen Kombinationen aus Buchstaben, Buchstaben und Zahlen und so weiter. Es sieht ziemlich kryptisch aus und ich glaube, es ist nicht so einfach, das zusammenzufassen. Das hier soll ein U sein. Wer es vielleicht nicht erkennt, also ein U und ein X. Also U mal X hier plus X² durch U² minus X² minus und dann U minus 1, 1 minus U². Zwei Dinge sind hier wichtig, das ist einmal das Thema binomische Formeln und ausklammern und kürzen. Okay, da sind es drei. Aber binomische Formeln muss man hier können und die dritte sozusagen, die dritte binomische Formel und so eine Geschichten wie ausklammern. Ich schreibe nochmal die dritte binomische Formel an für die Leute, die sie nicht kennen. A, wieso ist der Stift so klein? Machen wir mal größer. A minus B mal A plus B kann man zusammenfassen zu A² minus B² oder aber auch eben umgekehrt und das werden wir hier brauchen. Ja, also zwei Dinge, da könnt ihr schon mal Ausschau halten, zwei Dinge, die quadriert werden und die ich dann subtrahiere. Ja, da könnte hier was stehen. Und denkt dran, ein Hinweis von mir schon mal vorweg, für diejenigen, die jetzt die Aufgabe hier alleine machen wollen und einen kleinen Hinweis brauchen vielleicht. Denkt dran, 1 ist dasselbe wie 1². Könnte hier hilfreich sein. Also mit diesen Tipps könntet ihr vielleicht die Aufgabe schon lösen. Ich werde jetzt aber einfach mal hier anfangen, das Ding selber zu vereinfachen. Und ich fange an, indem ich hier oben, ja mal ganz kurz zwischendurch, es wäre super, wenn du den Kanal abonnierst. Das bedeutet, wenn dir das gefällt, was ich hier mache. Es ist natürlich kein Unterhaltungskanal, okay, das weiß ich. Deswegen ist es besonders wichtig, ein paar Abos zu bekommen, damit ich ja einfach cool weitermachen kann, euch einfach mit vielen Aufgaben und vielen Lösungen, vielen Tipps und Tricks helfen kann. Also, wenn möglich, Daumen nach oben, kennt ihr ja, und ein Abo. Ich würde mich freuen, weil die aller, 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 allermeisten, die meine Videos gucken, sind leider keine Abonnenten. Und es wäre doch schön, wenn ich da mal ein bisschen mit angeben könnte, mal irgendwann 10.000 Abonnenten zu haben. Okay, danke und weiter geht's. Tschüss. x ausklammern. Ich sage x mal u plus x. Ja, ausklammern, nochmal kurzes Stichwort zum Thema ausklammern. Also, wenn ich u mal x habe, minus und dann x² ist ja x mal x. Dann habe ich hier eine Differenz und ich habe hier zwei Produkte und ich schaue mir mal an, was ist in diesen beiden Produkten als gemeinsamer Faktor vorhanden. Und da sehe ich, okay, hier steht mal x und hier steht mal x. Und diesen gemeinsamen Faktor, den ziehe ich jetzt sozusagen hier raus und schreibe ihn vor die Klammer. Dann kommt eine Klammer und jetzt übernehme ich einfach nur in die Klammer das, was hier übrig bleibt. Also sozusagen u minus x. Zack. Oder natürlich hier plus x. Ich habe hier ein Plus. Okay, bei Plus geht es auch. Scheißegal. Aber ihr wisst, den gemeinsamen Faktor rausziehen. Wenn es mehrere gemeinsame Faktoren sind, okay, dann kann man da mehr rausziehen. Falls es nur ein gemeinsamer Faktor ist, wie hier, dann eben so. Okay, das kann ich wieder wegmachen, oder? Ja, habt ihr gecheckt. So. Hier unten. Da kommen wir jetzt zu diesem Thema. a² minus b² ist gleich a minus b mal a plus b. Also sozusagen dritte binomische Formel. Und das nutze ich hier, denn dann kann ich hier schreiben u minus x mal u plus x. Ja, dritte binomische Formel. Jetzt kommt Minus. Hier oben u minus 1, da kann ich nichts machen. Und hier unten denkt man, ja, kann ich auch nichts machen. Aber, deswegen hatte ich gerade noch mal gesagt, 1 ist dasselbe wie 1². Dann würde hier unten ja stehen, 1² minus u². Und das sieht doch genauso aus, als könnte ich jetzt auch hier die dritte binomische Formel anwenden. Und das geht auch. Dann habe ich hier nämlich hier 1 minus u mal 1 plus u. Das wäre dann insgesamt 1² minus u². Gut, jetzt habe ich erstmal was geschafft. Und zwar gucke ich mir jetzt an, kann ich etwas kürzen. Ja, und was kann ich kürzen? Ich kann hier Faktoren kürzen. Faktoren heißt, ich kann sozusagen nur aus einem Produkt herauskürzen. Bedeutet, ich darf jetzt diese ganze Klammer hier, das ist ein Faktor, und diese ganze Klammer hier wegstreichen. Was man nicht machen kann, ist zum Beispiel sagen, ich kürze das x und das x weg. Warum nicht? Weil hier das x Teil einer Differenz ist. Und da kannst du nicht einfach rauskürzen. Also, es muss ein Faktor sein, also eine Sache, die ich multipliziere mit irgendwas. Und was können wir hier kürzen? Hier könnte man ja denken, ach, u minus 1, 1 minus u, das ist nicht dasselbe. Ne, ist nicht dasselbe, denn 5 minus 1 ist nicht das gleiche wie 1 minus 5. Das geht nun mal nicht, das heißt, ich kann hier jetzt einfach nicht kürzen. Schreibe ich also mal hin. x durch, hier habe ich jetzt u minus x, x minus u minus 1 durch 1 minus u mal 1 plus u. So, jetzt denkt man aber, ich muss doch, kann ich nicht irgendwas machen? Mit u minus 1, 1 minus u geht da nicht irgendwas? Und ich würde sagen, ja, da geht was. Und zwar folgendes, wir haben hier ein Minus. Und das verbraten wir jetzt, um doch kürzen zu können. Denn, solltet ihr zum Beispiel haben, minus 1 minus u, nehmen wir mal an, das würde hier stehen, dann kann ich hier die Klammer auflösen und dann wäre das minus 1 plus u. Hier habe ich ein Plus von der a1, minus plus ist minus und minus minus ist plus. Minus 1 plus u könnte ich jetzt in eine andere Reihenfolge bringen, also vertauschen. Das heißt, ich schreibe plus u minus 1. Und Plus kann ich weglassen, also u minus 1. Das bedeutet, hätte ich jetzt noch ein Minus vor dieser Klammer, dann wäre das tatsächlich u minus 1 genauso wie hier oben. Und ich habe hier ein Minus. Und jetzt ist die Frage, kann ich dieses Minus irgendwie gebrauchen? Ja, kann ich. Nehmen wir mal an, wir hätten minus 5 durch 4. Dann bedeutet das praktisch, dass ich dieses Minus auch vor die 5 schreiben könnte. Ich könnte also sagen, minus 5 durch 4. Oder ich könnte auch sagen, 5 geteilt durch minus 4. Alles ist möglich. Das heißt, ich kann das Minus sozusagen hier unten vorsetzen. Ich könnte auch hier ein Plus vormachen. So. Das heißt, warum geht das? Weil ich nach Vorzeichenregeln dann immer zum gleichen Ergebnis komme. Hier plus minus, dann wäre der gesamte Bruch minus. Hier habe ich Minus durch Plus ist Minus. Das gesamte Vorzeichen des Bruchs ist dann Minus. Und das Plus da vorne ist wieder Minus. Oder hier plus 5 durch minus 4 plus durch Minus ist Minus. Und Minus und Plus sind wieder Minus. Ich erhalte also immer das gleiche Vorzeichen sozusagen des Bruches. Egal wo ich dieses Minus hier hin verfrachte. Und das mache ich mir jetzt zunutze. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Da kommt man nicht so schnell drauf, würde ich mal sagen. Aber umso wichtiger, dass ihr das jetzt hier mal gesehen habt. Und zwar mache ich dann den ersten Schritt. Ich klammere das mal hier ein. Müsste ich nicht. Ich schreibe hier Plus hin. So. Und wenn da ein Plus ist, dann muss natürlich das Minus irgendwo stehen. Und das steht hier. Und da mache ich jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe also das Minus hier unten hingeschrieben. Und das Plus dann dahin. Das kann ich machen, weil Plus und Minus zusammen ist Minus. Ist dieses Minus. Diesen Move oder dieser Move, der bringt mir jetzt was. Weil dieses Minus kann ich jetzt eben wie hier gezeigt zu dieser Klammer dazurechnen. Heißt für mich, ich lasse das hier nochmal so stehen. U minus X plus. Jetzt habe ich hier U minus 1 durch. Und jetzt mache ich es genauso wie hier. Gerade angeschrieben. Ja, 1 minus U in Klammern und davon Minus wird insgesamt zu U minus 1. Also habe ich hier U minus 1. Und dieses Minus zählt jetzt nicht für die zweite Klammer. Warum nicht? Weil dieses Minus könnte ich auch interpretieren als minus 1 mal. Und wenn ich minus 1 mal, und jetzt habe ich zwei Zahlen, mal 7. Meinetwegen mal Plus 7 und mal Minus 5. Da multipliziere ich jetzt die Minus 1 nicht mit beiden Zahlen, sondern nur mit einer Zahl. Entweder hiermit oder hiermit. Mit einer der beiden Faktoren könnte ich das jetzt zusammenfassen. Und dieses Minus könnte ich auch hier hinten mit hier hinten sozusagen verbinden. Aber ich mache das mal hier vorne mit. So, man kann ja sich angucken, was würde dabei rauskommen, wenn ich das hier hinten mache. Dann hätte ich Minus, Klammer auf 1 plus U. Dann wäre das Minus 1 Minus U. Ja, aber das brauchen wir jetzt hier im Moment nicht. Denn wir wollen hier dieses U minus 1 haben, damit wir dann auch kürzen können. So, 1 plus U, zack. Jetzt kürze ich U minus 1, zack, zack. Und dann X durch U minus X, Klammern, plus. Und jetzt habe ich hier oben ja nichts mehr stehen. Deshalb muss ich da auf jeden Fall eine 1 hinschreiben. Weil was ich nicht machen kann, ist sowas. Das geht nicht. Da muss eine Zahl stehen. Und ich kann ja als Faktor immer mal 1 mir dazu denken. Ja, denn mit dem Faktor mal 1 neutrales Element bei der Multiplikation. Weil mal 1 verändert nichts. Ich kann hier auch keine 0 hinschreiben. So nach dem Motto, da ist ja nichts mehr. 0 durch irgendwas wäre insgesamt 0. Dann wäre der Bruch gar nicht mehr vorhanden. So, und was ich jetzt machen soll? Ich soll den ganzen Krams ja addieren. Addieren kann ich nur, wenn ich den gleichen Nenner habe. Hauptnenner. Und ich habe hier zwei verschiedene Nenner. Also multipliziere ich den ersten Bruch mit 1 plus U. Also ich erweitere den ersten Bruch mit 1 plus U. Und den zweiten Bruch mit U minus X. Mein Hauptnenner ist dann sozusagen U minus X. Mal 1 plus U. Das bedeutet für mich, ich habe jetzt hier X durch U minus X. Und das multipliziere ich jetzt mit 1 plus U. Also mal 1 plus U. Und hier auch mal 1 plus U. Ja, ich habe praktisch nur erweitert. Ja, da ich Nenner und Zähler mit dem selben Term multipliziert habe, habe ich den Bruch an sich nicht verändert, sondern nur erweitert. Hier mache ich das Ganze eben jetzt mit U minus X. Dann habe ich U minus X durch 1 plus U mal U minus X. Auch hier mit U minus X erweitert. Jetzt habe ich hier eben den selben Nenner stehen. Und dann kann ich die Brüche natürlich zusammenfassen. Das heißt, jetzt werden die beiden Zähler addiert. Hier lasse ich die 1 mal weg. Einmal, ne? Kann ich auch weglassen. Und hier unten steht jetzt der Hauptnenner U minus X 1 plus U. Jetzt sind wir auch gleich fertig. Kürzen kann ich übrigens nicht. Ja, wenn jetzt jemand denkt, oh, ich kann auch hier wunderbar das wegkürzen. Nein, warum nicht? Weil dieses, dieser Term hier hinten jetzt in einem, in einer Summe steht. Ja, nicht in einem Produkt. Ist also kein Mal. Würde hier ein Mal stehen, dann könnte ich kürzen. Da steht aber kein Mal, sondern ein Plus. Deswegen auf keinen Fall diesen Term wegkürzen. Ich lasse das hier unten auch so stehen. Produkte sind immer gut. Warum? Genau aus dem Grund, weil man entdeckt, ob man etwas kürzen kann. Ja, auch hier nicht kürzen, weil da würde man wieder einen Teil einer Summe rauskürzen. Ja, man könnte das kürzen hier, falls hier hinten nichts mehr stehen würde. Dann hätten wir hier nur ein Produkt. Und dann wäre 1 plus U Teil eines Produkts. Aber nicht Teil einer Summe. Und dann könnten wir das kürzen. By the way, was ist, ich spreche immer von Summe und Produkt. Und dann könnte man auf die Idee kommen, ja, wieso? Das ist doch hier ein Produkt. Da steht doch mal, wieso redet der immer hier von dem Plus? Guckt mal. 2 mal 3 plus 1 mal 4. Ist das Ganze ein Produkt oder eine Summe? Schwierig, weil es kommen ja nun Faktoren vor. Also das hier ist ja ein Produkt. Das ist auch ein Produkt. Aber irgendwie haben wir hier auch Plus. Ist doch irgendwie auch eine Summe. Die Rechenoperation, die ihr als letztes machen würdet, die gibt sozusagen vor, ob das jetzt eine Summe oder ein Produkt oder eine Differenz oder sonst was ist. Und hier gilt ja Punkt vor Strich. Das heißt, ihr müsstet zuerst einmal diese Produkte ausrechnen. Das wären 6 und 4. Und dann als letztes addiert ihr. Und deshalb ist das Ganze dann eine Summe und kein Produkt. Das heißt, ihr könnt hier gucken, was müsstet ihr zuerst tun und was zum Schluss. Und zum Schluss müsstet ihr dann addieren. Und dann wisst ihr, oh, das ist eine Summe. Und dann kann ich eben diese Teile hier nicht kürzen. Was ich jetzt hier oben noch mache. Ich multipliziere das einmal aus. Plus x mal 1 und x mal u. Also ist das x plus u. Hier hinten habe ich dann plus u minus x. Und hier unten lasse ich es so stehen. u minus x mal 1 plus u. Jetzt kann ich hier oben einfach die beiden x zusammenfassen. Das heißt, ich habe hier x minus x. Ich kringle das nochmal ein. x minus x. Das ist u. Da habe ich was vergessen. Siehe ich gerade. x mal 1 ist x. Und x mal u. Hier habe ich natürlich x u stehen sozusagen. Ah, sehr gut, dass ihr das gleich entdeckt habt. Und ich erst später. Aber so ist das, wenn man sich hier konzentrieren muss. Man hat so eine Rechnung. Und ich habe das jetzt vorher hier nicht schon mal gerechnet. Sondern ich mache das jetzt einfach mal so aus dem Stehgreif. Und da kann es schon mal kommen. Man muss erklären. Man muss gucken. Und dass man da irgendwie was vergisst. Aber wichtig ist, auch für euch. Immer nochmal irgendwie in die Zeile davor springen. Vielleicht nochmal kurz die Rechnung nachvollziehen. Und dann entdeckt man vielleicht den einen oder anderen Fehler. Und ich habe es hier gerade eben. Ja, dann noch rechtzeitig entdeckt. Sonst wäre die ganze Arbeit umsonst. Und auch ein bisschen blöde. Wenn das falsch gewesen wäre. Bisschen peinlich. Also x mal 1 ist x. x mal u ist x u. Und jetzt. Ups, nee, die andere Farbe. Subdrahe ich das x. Habe hier oben nur noch stehen. x u plus u. Und da könnte ich jetzt auch wieder das u ausklammern. Das mache ich in dem Fall auch. Das heißt, ich hätte dann u. Na, u. Und dann habe ich hier u ausgeklammert. Und dann x plus 1. So. Und zack. Hier unten u minus x mal 1 plus u. Boah. So. Das wäre jetzt praktisch fertig. Hier kann ich nichts mehr machen. Ich kann hier nicht mehr kürzen. Ich kann hier irgendwie nichts weiter zusammenfassen oder sonstiges. Ich habe den ganzen Krempel auf einen Bruch geschrieben. Und das war die Aufgabe. Also diesen Bruch. Mein Gott. Diese beiden Brüche hier. Diese Differenz. So weit wie möglich zu vereinfachen. Und auf einen Bruch schreiben. Und ihr seht, wir haben hier die binomischen Formeln gebraucht. Die dritte. Wir haben hier Ausklammern gebraucht. Wir müssten kürzen und erweitern. Hier steckt also ziemlich viel drin in dieser Aufgabe. Und ja, ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen nachvollziehen, was hier abgegangen ist. Und ich finde, es ist eine schöne Aufgabe, oder? Tschüss.